So, nun wage ich mich an Triple Down. Klingt auf jeden Fall nicht gut, aber mal sehen, wie das sein wird. Willi, mich hast du vorfahren? Ähm... Triple Down. Ach, verdammt. Ähm... Das ist natürlich... Arc-doof. Also richtig arc-doof. Gibt es hier nicht irgendwie so irgendwas, was ich benutzen kann noch? Äh, warum? Kronleuchter. Ja, das ist jetzt auch nicht... ...das Non-Plus-Ultra. Machen wir mal das, 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 das. Was kommt denn da? Zyklop? Oh, nö, nö. Der Rest geht ja noch, aber... Nö. Machen wir auf jeden Fall das. Das, das, Feuer, Eis. Und haben schon nichts mehr. So, wo werden sie wohl zuerst runterkommen? Ähm, nein, feberen wollte ich. Ähm, nehmen wir das. Fangen wir an. Ihr wisst am besten, was ihr wollt. Eins, zwei, drei. Weil alle Türen am Anfang irgendwie... Aber ich hab die richtige auf Anhieb getroffen. Mann, ich hoffe, es wird einer verletzt. Ach nein, tue ich nichts. So. Gut. Mal sehen, was hier so durchkommt. Na, los. Ähm. Dann werden die bestimmt hier an zwei Seiten gehen. Ich diene dem Arten. Oh, ne, sie werden hier durchgehen. Okay. Fall in die Presse. Hä? Ich bin leicht verwirrt. Einer ist durchgekommen. Hm. Warum sind die DLT-Level so scheiße, ne? Ohne Mist. Die DLT-Level sind echt um einiges dümmer als die Nummer 1. So, mach mal, mach mal das dahin. Das brauchen wir auf jeden Fall und das. Äh. Dü-dü-dü. Machen wir das mal so. Auch wenn das vielleicht nicht sehr gut sein wird. Einfach mal sehen. Reberin. Was hat die hier nochmal? Ach so. Die macht. Mich. Äh. Das ist hier am besten. Um Antidunkelheit geht. Ist mir doch egal. Manchmal gehe ich ja nicht so viel benutzen. So. Ähm. Hier werde ich zubauen. So. Alles, was hier nicht drauf stirbt, das muss ich töten. So. Nimm, dumm, dumm. So. Und. BAMS. Na los. Explodier. So macht man das. So. Ich bin bereit. Jetzt kommen beide Wege, glaube ich. Ja, das war so klar. Das war so klar. Na los. Warum willst du auch anders sein? Ähm. Mal schnell da rüber gucken. Ähm. Warum ist das Leben dem Tod nur so ähnlich? Warum ist das Leben dem Tod nur so ähnlich? Kann ich die alle auf die Mitte locken? Es könnte klappen. Boah, aber es kostet wieder so viel. Es gibt so viel, dass ich euch zeigen werde. Das gefällt mir. Dann brauche ich nämlich das, 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 das. Auf jeden Fall. Genau wie das auch. Genauso wie das und das. Und den Feuerball brauchen wir auch. Ne, weil wir nicht. Dann laufen die nämlich zur Mitte. Aufheben. Ach so. Das ist nice. Hab ich jetzt erst gesehen. Gut. Viel bringen wird's mir bestimmt jetzt eh nicht, aber... Es ist schon mal ein Anfang. So. Das wird Spuren hinterlassen. So, genauso wie ich. Wer will mehr fallen? Dazu bauen wir. Ähm. So. Das ist doch schon mal nice. So. So. Brems. Und. Und. Das war nicht gut. Okay. Die dann einfach sterben. Ja. Zack. Ein kleines Geschenk für dich. Und für dich auch. Und. Ähm. Ich hab das festgebracht. Äh. So. Und. Das sollte doch rein theoretisch klappen, oder? So. Gut. Bäm. Das ist doch gut. Und. Ähm. Ja. Es sollte relativ klappen. Wie ich sagte. Das hat schon fast geklappt, ey. Äh. Mann. Aber auch nur fast. Haha. Vielleicht sollte ich lieber auf ein Paladin setzen, als auf. Das. Ja. Mal sehen. Und die Dunkelheit. Eine interessante Wahl. Auf jeden Fall. Genauso wie das, das und das und das. Und das und das. Und. Das und das. Und das. So. Ähm. Sieh mal, ob das passt. So. Ähm. Eins, zwei, drei. Dann liegt das nämlich ziemlich zentral. Kann zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Und. Ähm. So. Go. Ach, machen wir hier schon mal ne Wand rein. So. Mal sehen. Wie gut das klappt. Ah. Mäms. Verdammt, ich wollte doch nicht so viel Feuerbrille verschwenden. So. Äh. Und. Ich kann's ewig so weitermachen. Ähm. Einen auf jeden Fall. So. Und kurz. Nur ganz kurz. Ähm. Mal sehen, wie das überhaupt klappt. Ähm. So. Ähm. Das könnte ziemlich böse enden für den Paladin. So. Wollen wir mal sehen. Ähm. Ähm. So. So. Der ist fast tot. Für den Orden. Für den Orden. Deswegen noch zwei dahin. Und eins dahin. Ähm. Fallen. Du geh mal lieber auf Abstand. So. Äh. So. So. Brennt ruhig. Und zieh Club, Magia. Ähm. Ja. Oh, Pause. Das ist gut. So. Gut. Ähm. Ähm. Ja. Wie machen wir das jetzt weiter? Ich denke, ich höre ein wenig um. Was kommt da so? Ach Gott. Ähm. Die Amparikaden. Ähm. Natürlich. Das wird wehtun. Ähm. Sieht gut aus. Ähm. So. 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 Das wird wehtun. Ähm. Die Amparikaden. Was sagen die anderen Barikaden? Die sind noch gut im Schuss. Oh. Gut. Du wirst auch eingefahren. Äh. So. Los. er brennt ruhig zu tode und gut das brennt und auch 1,2 und da so ein Paladin ist gefallen, das war lustig ein Paladin ist gefallen, davon, natürlich oh man so oh man ehh that's really wow 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 aufladen so das war nicht gut so stellen wir mal 1,2 dahin und hoffen, dass die Wände nicht angegriffen werden genauso wie 1,2 so natürlich kommt ein Läufer irgendwo her es kommt sogar 2 ähm natürlich natürlich so so bams so ähm noch mal in 2 weiten hier hin wieder ähm so so und so 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 1,2,3 so 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 1,2,3 1 1 und 1,2 1,2 äh äh wie ist das so leicht verpackt hier ich kann da nur 2 und da auch nur 2 mhm die letzten 3 Wellen wo ist der Feind? und go hier pack ich jetzt trotzdem sowas hin so das das wird ganz lustig so so oh fuck andere Seite bestimmt auch? ne uh ok soll mich nicht weiter stören aber gut so da haben wir, da haben wir da haben wir noch nicht so irgendwie bin ich richtig gut ja und wie warum nur irgendwie und so so ach ach Gott ähm was kommt hier? ach da kommt der ja ich wusste es nicht so ähm so ähm das sollte doch gut klappen denke ich denke ich ähm was sagen wir dort die Bogenfützen? oh gut extrem viel Schaden haben wir jetzt noch nicht bekommen und die hier ach da haben wir auch 3 stellen wir da auch nochmal einen dritten hin wär ja sonst ein bisschen doof so so zwei Stück gleich und so bam oh noch mehr das ist natürlich hart so so und brennt na los das das muss ja letzte sein yes auch wieder 500 pro muss passen yes kampagnenmenü groß großer abgrund ähm gut 19 dann könnten wir rein theoretisch mal was machen die Opfer sind ca und zu töten erhöht reichweite der auto ja das könnte man vielleicht mal nehmen ja annehmen gut beim nächsten mal geht es dann auf in das letzte level und danach folgen dann noch videos wo wir mit sachen auf 5 schädel bringen und bis dann nicht mit meinem kennenzulernen jones